hallo zusammen und herzlich willkommen zur ultimativen pc bauanleitung in der letzten zeit von euch super oft nachgefragt natürlich komme ich euren wünschen nach und ich garantiere euch oder dir vielmehr dass du nach diesem video in der lage bist deine nächsten pc beim nächsten mal ganz einfach selbst zu bauen mit dabei sind heute fraktal design und asus und damit meine freunde wünsche ich euch viel spaß und erfolg beim pc bau und damit würde ich sagen legen wir los let's go fangen wir an mit der vorbereitung des arbeitsplatzes eine saubere und staubfreie fläche bietet den optimalen freiraum für einen pc bau dann empfehle ich dir sämtliche hardware vor dem zusammenbau aus deren verpackung rauszuholen und geordnet zu positionieren das erspart zeit und lästiges gesuche nach irgendwelchen fehlenden teilen arbeitsplatz check doch was für werkzeug brauchst du jetzt zuallererst einen mittelgroßen schraubendreher und einen seitenschneider letztere natürlich für kabelbinder eine handelsübliche schere reicht aber auch aus arbeitsplatz und werkzeug check jetzt kannst du eigentlich losgehen oder nicht ganz denn das was viele vergessen ist die elektrische erdung warum solltest du dich erden ganz einfach durch eine reibung kann spannung entstehen und das was elektronik überhaupt nicht mag ist eine spannung die nicht für den betrieb benötigt wird vor dem pc bau musst du dich unbedingt elektrisch entladen sprich erden und dafür gibt es unterschiedliche möglichkeiten zum beispiel durch das anfassen der schutzkontakte einer steckdose los geht es mit dem prozessor kurz cpu intel basiert auf einem sogenannten lga system bedeutet die cpu ist mit einer kontaktfläche versehen und die pins sind auf dem mainboard bei amd ist es genau andersherum und dadurch nennt sich das ganze pga system im optimalfall solltest du den kontakt zu den pins und der kontaktfläche durch berühren mit dem finger vermeiden sowohl intel als auch amd bieten diverse einbauhilfen einerseits zum beispiel markiert ein kleiner pfeil auf der cpu dessen ausrichtung andererseits gibt es auch einkerbungen an der cpu seitens intel die kleinen pfeile finden sich da noch ebenfalls auf den jeweiligen mainboard wieder bei intel lga l5x wird der sockel durch das lösen des hebels und zurückklappen der abdeckung geöffnet dann folgt die ausrichtung der cpu entsprechend des pfeils und den einkerbungen und anschließend wird die cpu vorsichtig hineingelegt und der sockel in umgekehrter reihenfolge wieder geschlossen bei intels extreme lga 2011 v3 oder 2066 ist der einbau relativ ähnlich hierbei müssen zwei hebel gelöst werden bei amd ist der einbau noch einfacher durch das zurückklappen des hebels wird der sockel geöffnet die cpu entsprechend des files ausgerichtet und hinein gesetzt und dann wiederum durch herunterdrücken des hebels im sockel arretiert dann zum arbeitsspeicher kurz ram die optimale ram bestückung steht im handbuch des mainboards und je nachdem wie viele speichermodule und speicherslots auf dem mainboard zur verfügung stehen spricht man hierbei von dual channel oder auch quad channel anbindung durch den dual channel modus übrigens erst möglich bei der verwendung von zwei speichermodulen wird die theoretische bandbreite des speicherbusses verdoppelt trockene theorie deswegen ganz klar weiter zum einbau ich verwende heute zwei speichermodule von corsair und diese müssen laut handbuch des mainboards in den slot a2 und b2 zunächst werden die beiden sicherungen gelöst der arbeitsspeicher entsprechend der kerbe und nase im slot ausgerichtet und dann gleichmäßig heruntergedrückt bis die sicherung wieder eingerastet ist jetzt folgt die installation des cpu kühlers und sowohl amd als auch intel liefern die box kühler mit wärmeladpaste zusätzliche ist daher nicht nötig der amd race spire kühler wird in die originale backplate des mainboards verschraubt und hierfür müssen zunächst die plastikbügel entfernt werden und dann wird der cpu kühler auf die cpu gesetzt und fixiert bei intel wird der box kühler ganz einfach auf die cpu gesetzt und durch die vier pushpins mit dem mainboard fixiert einfach auf die cpu setzen herunterdrücken und das war's auch schon schlussendlich wird dann noch das lüfterkabel mit dem cpu fan hätte auf dem mainboard verbunden wenn du natürlich jetzt sagst du möchtest jetzt nicht den box kühler verwenden sondern einen anderen sei es nun luft wasser stickstoff was auch immer dann schau bitte vorher dass der cpu kühler auch mit der cpu deiner wahl kompatibel ist also intel lga 5x intel 20 lv3 oder 20 66 amd am 4 beziehungsweise amd tr4 das gesamte konstrukt aus mainboard cpu und arbeitsspeicher kommt jetzt in das gehäuse rein in meinem fall das focus g von fractal design logischerweise sollten vorher zunächst alle seitenteile abgenommen werden und schrauben sowie kabelbinder liegen dem gehäuse bei bevor das mainboard jetzt reinkommt müssen die sogenannten abstandshalter verbaut werden je nach case sind diese bereits verbaut manchmal auch nicht und die abstandshalter müssen je nach mainboard größe verteilt werden in diesem fall sind es fünf stück die verteilung bzw richtige positionierung steht in der regel auf dem mainboard trail sind die abstandshalter richtig verbaut muss jetzt nur noch die iobländer in das case am einfachsten ist es wenn du dir merkst dass die audio einschlüsse des mainboards und die löcher in der iobländer immer rechts sind dann das mainboard hineinlegen und mit den dazugehörigen schrauben fixieren welche schrauben hierfür passen steht in der regel auch im handbuch des gehäuses damit kommen wir zum einbau der speichermedien wie zum beispiel ssd und festplatte wie bei vielen gehäusen bietet auch mein focus g eine einfache installation beider speichermedien festplatten werden lediglich mit dem festplatten schlitten kombiniert ssds müssen mit vier schrauben fixiert werden und beides kommt dann in den dafür vorgesehenen festplatten rahmen im nächsten schritt verbaue ich das netzteil ich verwende heute ein teilmodulares be quiet pu power c netzteil bedeutet dass einige kabel modular angebracht werden können je nachdem ob ich sie brauche oder eben nicht warum verbaue ich das netzteil erst jetzt und nicht schon viel früher ganz einfach wenn ich das ganze zu beginn einbauen würde würden mir ständig irgendwie kabel im weg rumliegen und das ist einerseits nervig und irgendwo auch zweitens kontraproduktiv das netzteil wird mit vier schrauben im gehäuse fixiert und je nach gehäuse sitzt das netzteil auch mal woanders beispielsweise oben oder wie in meinem fall unten wichtig ist nur dass das netzteil beziehungsweise dessen lüfter immer luft ansaugen kann jetzt wo das netzteil verbaut ist geht es an die allgemeine verkabelung zunächst das 24 pin atx kabel für das mainboard dieses kommt in der regel an die rechte außenkante des mainboards ausgerichtet wird dies gemäß der sicherung und dessen gegenstück auf dem mainboard dann zum vier beziehungsweise 8 pin eps kabel auch bekannt als cpu stromkabel und das kommt wir gewöhnlich oben links auf das mainboard auch hier erfolgt die ausrichtung anhand der sicherung auf dem stecker und dem gegenstück auf dem mainboard was einsteiger oftmals probleme bereitet ist der anschluss der gehäusekabel die genaue belegung des front panel headers welche sich wiederum auf dem mainboard befindet findet sich im handbuch des mainboards auf den anschlüssen selbst gibt es dann noch einen kleinen pfeil der den plus pull markiert und mit dem plus zeichen auf dem mainboard übereinstimmen muss da wäre zunächst der reset switch immer schön achten auf diesen kleinen pfeil gefolgt vom power switch damit sind power und reset switch angeschlossen jetzt bleiben nur noch die hdd led und zum schluss die power led nicht wundern der stecker ist der regel immer getrennt audio und usb sind dank beschriftung auf anschluss und header auf dem mainboard kein problem und bei beiden anschlüssen gibt es nur eine mögliche ausrichtung erkennen kannst du diese anhand des freien pins innerhalb des jeweiligen steckers und jeweiligen anschluss auf dem mainboard für die verbindung der speichermedien und dem mainboard wird ein sogenanntes sata kabel benötigt und diese legen dem mainboard bei im inneren des anschlussstückes gibt es ein kleines gedrehtes l und so gibt es auch hier das passende gegenstück auf dem mainboard damit gibt es auf dem mainboard und an den speichermedien nur eine mögliche ausrichtung aber ohne strom geht auch hier nichts sämtliche speichermedien und optische laufwerke benötigen noch ein sata stromkabel welches vom netzteil bereitgestellt wird in meinem fall ist das sata stromkabel eines der modularen kabel des be quite netzteils und muss damit natürlich auch noch direkt mit dem netzteil verbunden werden die sata stromkabel sind im inneren genauso aufgebaut wie die sata datenkabel und damit gibt es auch hier an den speichermedien nur eine mögliche ausrichtung zu guter letzt kommen wir jetzt noch zu den gehäuselüftern und in meinem fall sitzen zwei lüfter in der gehäusefront was ich als falsch empfinde denn es bringt nichts möglich viel luft in das innere rein zu befördern wenn ich das ganze nicht effektiv auch nach hinten raus befördere deswegen verbaue ich hier einen der frontlüfter ganz klar nach hinten um somit ein gleichgewicht der kühlung herzustellen hierfür sind zusätzliche schrauben von nöten das heißt also diese liegen nicht im gehäuse bei alternativ dazu kannst du natürlich auch einen dritten lüfter dazu kaufen beide lüfter stecke ich mit dessen drei pin anschluss auf die chassis fan header des mainboards ein drei pin lüfter ist natürlich auch kompatibel mit einem vier pin anschluss last but not least das herz eines jeden gaming pcs die grafikkarte hierfür müssen zunächst auf der finalen einbauhöhe die slot abdeckung des focus g entfernt werden zwei schrauben zwei abdeckungen somit kein hexenwerk dann muss auf dem mainboard die sicherung des pci express 3.0 x 16 slot gelöst werden und nun lässt sich deine wunsch grafikkarte auch richtig verbauen die grafikkarte gleichmäßig in den slot runterdrücken bis die sicherung eingerastet ist und anschließend die karte im gehäuse mit hilfe der zuvor gelösten schrauben fixieren dann nur noch das pci express stromkabel für die grafikkarte anschließen das je nach karte zwischen 6 und oder 8 pin variiert und auch hier gilt das gleiche prinzip wie schon zuvor beim 24 pin atx und dem 8 pin eps stecker dann natürlich nicht vergessen das stromkabel muss natürlich auch noch mit dem netzteil verbunden werden und was passiert jetzt genau anschalten und testen ob der pc funktioniert und gerade der erste start kann wirklich eine ganze ganze weile dauern bis mal irgendwas irgendwie auf dem monitor angezeigt wird also lasst euch da bitte nicht irgendwie verwirren oder irgendwie in angstzustände verfallen und währenddessen ist auch schön zu sehen dass alle lüfter sich drehen und auch die beleuchtung so leuchtet wie sie ab werk leuchten soll ja und endlich wird hier auf dem monitor etwas angezeigt und ganz klar zu sehen der arbeitsspeicher wurde hier mit seiner vollen kapazität von 16 gb erkannt natürlich auch der prozessor und das ganze kann ich jetzt bestätigen indem ich hier ganz klar die f1-tasse drücke um dann wiederum im bios bzw. uefi zu landen läuft der pc dann herzlichen glückwunsch und wenn du jetzt noch ein paar minuten hast dann investiere die doch ganz einfach in das kabelmanagement und so kann der pc dann letztendlich aussehen sauber und elegant im anschluss wird dann nur noch das betriebssystem gefolgt von der treiberinstallation und der installation von spielen und so weiter und so fort natürlich auch letztendlich der übertaktung einzelner komponenten und auch dazu gibt es auf meinem channel mehr als genug videos also da werdet ihr auf jeden fall fündig werden wenn nicht einfach mal in der video beschreibung nachschauen dort findet ihr einfach mal alles verlinkt was irgendwo vonnöten ist da haben wir ihn also den selbstgebauten gaming pc und alles was zur hardware wissen musst findest du in der video beschreibung verlinkt und ja das case gibt es auch in einer anderen farbe damit meine freunde bedanke ich mich recht herzlich fürs zuschauen natürlich aber auch für das interesse bzw auch das durchhaltevermögen für dieses doch recht lange video auf jeden fall daumen nach oben wenn es euch gefallen hat wir sehen uns damit im nächsten video wieder das steht ganz kleine startlöcher und damit eine entspannte und vor allen dingen fehlerfreie hardware zeit bis neulich und genau ciao